Ja, hi, hier ist der Flo von dem MovieQuicks und heute mal mit einer Doku. Ja, da geht es um einen der, na wohl, besten Regisseure, die es jemals gegeben hat. Wer das ist und was ich damit meine, das gibt's nach dem Intro. Bis gleich. Ja, zum 100-jährigen Geburtstag von Ingmar Bergmann natürlich hat sich Margarete von Trotter gedacht, ich mache eine Doku. Das Ganze heißt auf der Suche nach Ingmar Bergmann und sie ist auch genau die Richtige, denn ja, sie wurde inspiriert von dem Film Das 7. Siegel. Da ist sie erst Regisseurin geworden und später hat dann Ingmar Bergmann gesagt, dass der Film Die Blei in der Zeit ihn am meisten geprägt hat. Da schließt sich doch ein schöner Kreis des Respekts, oder? Ja, ich bin sonst nicht so der Doku-Fan, aber hier kann man wirklich sagen, hier hält sich Emotionen, cineastische Fakten, wirkliche, auch harte, familiäre Fakten halten sich hier wunderbar. Die Waage, denn sie hat natürlich die Verwandtschaft oder die näheren Angehörigen von Ingmar Bergmann interviewt und das auf sehr persönlicher Ebene. Sie packt Filmarchiv-Material aus, was man noch nie gesehen hat und zeigt uns wirklich einen ganz neuen Blick auf diese Film-Ikone. Also, definitiv schaut euch das Ding an, wenn ihr auch nur ansatzweise euch für Ingmar Bergmann interessiert. Als ob der Film-Maker Ingmar gesagt hat, dass es von diesem Tag möglich ist, dass wir einen Film wie dieser machen können. Also, ich bin kein riesen Fan von Ingmar Bergmann, kann ich auch nicht sein, denn ich kenne nur einen einzigen Film, den fand ich sehr, sehr gut, das siebente Siegel. Ansonsten kann ich aber sagen, dass das als Doku sehr gut funktioniert, denn es ist sowohl emotional, es ist wirklich vollgepackt mit Fakten und mit schönen Infos, aber man muss sich einfach für diese Art von Film und für diese Art von Regisseur interessieren. Also, bitte bleibt aus dem Kino raus für diesen Film, wenn ihr eher Blockbuster behaftet seid, ähnliches ist nichts Negatives um Gottes Willen, aber solltet ihr euch nur ansatzweise für diesen Regisseur und für seine Filme interessieren, geht da rein. Von mir gibt's dafür genre-spezifisch definitiv 10 von 10 Punkten für diese Doku. Das war's, euer Flo von den Movie Freaks.